Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Weicht die Joachim I in den Vatikan aus? Liegen können? Es liegt am Gesetz Streicht der Bundestag das Gesetz? Können jede Woche Flugzeuge abheben? Die europäischen Imperatoren müssen jetzt entscheiden Wir haben mitten in die Hauptstadt des Europäischen Reiches eine Arena gebaut In dieser Arena bewahren wir die Gaben des typischen Großdiktators für die Feier des großen EU-Tökerdienst auf vier libische Tiger Für den Fall eines Nein der europäischen Imperatoren dem Vatikan und Gaugs Misslingen suchen wir jetzt Flüchtlinge die bereit sind sich am 28.06.2016 öffentlich fressen zu lassen Haben Sie einen Flüchtlingshintergrund? Sind Sie verzweifelt über die europäische Flüchtlingsabwehrpolitik? Sind Ihre Liebsten gefangen oder ertrunken? Melden Sie sich Wird es Joachim Gauck als schönste Amtshandlung gelingen mit einer flammenden Rede Artikel 63 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes aus dem deutschen Recht zu werfen Joachim I leer in die deutsche Hauptstadt fliegen Wird das Reich an seiner Gnadenlosigkeit zugrunde gehen? Uns bleiben 13 Tage Bitte spenden Sie jetzt auf dem anderen die rücken an dieser Gnadenlosigkeit und die rücken nicht miteinander Ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind zur zweiten Pressekonferenz hier im Borki-Theater. Ich wollte nochmal sagen, dass ich heute Morgen im Radio gehört habe, dass der UNHCR verkündet hat, dass weltweit 65 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Die höchste Zahl überhaupt. Und diese Zahl sollte uns tatsächlich den Schlaf hauen. Wir als reiche Nation, als reiche Kontinent müssen diesen Zahlen etwas entgegensetzen und entschieden etwas entgegensetzen. Ich möchte Ihnen jetzt einige Informationen und auch Punkte der neuen Aktionen vorstellen. Sicherlich haben wir alle auch aus den Medien erfahren, dass uns die Genehmigung für die Arena entzogen werden soll. Der zuständige Bezirksstadtrat Carsten Spallig von der CDU, der natürlich ein großer Fan unserer Aktionen ist, hat den Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes, Herrn Harald Büttner, vorgeschickt. Wir haben allerdings nur von der Bild-Zeitung erfahren, dass uns die Genehmigung entzogen werden sollte. Die Begründung ist wohl, in Flüchtlinge fressen komme das Wort Flüchtling vor. Da merkt man bereits, dass es sich nicht mehr um Kunst handeln können, sondern eine politische Demonstration sei. Die Tiger wären okay, die Arena ist okay, aber dass da Flüchtlinge fressen draufstehen, macht daraus eine Versammlung und keine Kunstveranstaltung mehr. Jetzt würde ich Sie gerne auf die nächsten wichtigen Termine hinweisen. Am Mittwoch, dem 22.06. findet in der Fragerunde der Bundesregierung live auf Phoenix, dort wird die Bundesregierung verkünden, ob unsere 100 Flüchtlinge fliegen dürfen oder sterben sollen. Am Donnerstag, dem 23.06. ab 13.10 Uhr oder am Freitag, dem 24.06. ab 13.00 Uhr wird dann die Abstimmung über das Beförderungsverbot für Flüchtlinge von der Bundesregierung entschieden. Es liegt Ihnen bereits in der Drucksache 18-8701 vor. Was uns besonders freut, ist, dass wir es geschafft haben, innerhalb von vier Tagen schon die Hälfte des Geldes für unsere Flugbereitschaft der deutschen Zivilgesellschaft zusammenzukriegen. Am Dienstag, dem 28.06.2016 wird es eine begrenzte Anzahl von Plätzen geben, die in der Maschine mitfliegen dürfen. Sie können also als Presse von Berlin nach in die Türkei fliegen und dann im vollen Flugzeug wieder zurückreisen. Oder auch hier der freudvollen Wiedervereinigung, wenn die Tee beiträgt. Dazu ist natürlich auch die Zivilgesellschaft herzlich aufgefordert. Alle relevanten Personendaten, also von den Menschen, die reisen wollen, sind bereits der Bundesregierung vor, dem Kanzleramt, AA, BMI, dem BAMF. Seit dem Beginn der Aktion haben Sie diese Informationen. Und ich möchte noch einmal darauf eingehen, dass das BMI sprach im Freitag gegenüber der DDR von einer unangemessenen und zynischen Inszenierung, ausgetragen auf dem Rücken der Schutzbedürftigen. Das BMI verteidigt dabei, dass das Beförderungsverbot für Flüchtlinge mit den Worten, dies ist erforderlich, um auch im Interesse der Sicherheit der Bundesregierung nachvollziehen zu können, wer nach Deutschland einreist. Ich möchte hiermit noch einmal sagen, dass ohne diese Richtlinie, wenn diese Richtlinie nicht wäre, würde kein einziger Mensch vor der Küste von Lübien oder vor der türkischen Küste ertrinken. Jeweils abends findet am Gordentheater ein Salon statt, um 18.45 Uhr. Ich möchte hierzu noch einige Termine vorlesen. Am 20.6., also heute Abend, können Sie die tolle Elisabeth Rädler, Jakob Augstein und Albrecht von Lucke begrüßen. Am 21.6. kommt Nils Minkma, Mili Kierk und Matthias Viljetal. Am 22.6. dann Bernd Ulrich, Dietmar Bartsch und Samir El-Koassil. Es haben sich bei uns bereits sieben Flüchtlinge gemeldet, die sich im Widerstand gegen § 63 Absatz 3 im Aufenthaltsgesetz fressen lassen wollen. Wir möchten Ihnen jetzt heute den ersten öffentlich vorstellen. Falls Sie danach Fragen haben, dann stehe ich Ihnen gerne für Pressefragen und Interviews zur Verfügung, gerne vor der Box. Und Sie können dann zu meinen Kollegen, ich suche Sie jetzt gerade, wo ist sie denn? Ah, Senia vom Gorki Theater, aber auch Tilda, dort sehen Sie Tilda Brunenthal vom Zentrum für politische Schönheit und Fragen. Vielen herzlichen Dank. Vielen 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 Dank. ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ......... ............ ............ ............... ............... ............ ............ ............ ......... ......... ......... ............ ......... ............ ......... ............ ......... ......... ......... ......... ......... ............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...... ......... ......... ...... ......... und wir haben uns in den ganzen Bühnen geflogen. Sie sind so, und wir haben uns auf die Welt geflogen. Und wir haben uns über die Welt geflogen. Und wir haben uns über die Einheit geflogen. Ich habe mich über die Einheit geflogen, die Menschen in Europa waren, die Menschen in Europa waren. Ich habe Menschen, die nicht zu überprüfen, die Europäer sind. Sie sind immer noch überprüfen, die Menschen in der Welt denken. Aber diese Hilfe Sie sind diejenigen, die die Menschen in der Welt sind, die die Menschen in der Welt haben. Sie sind die Menschen in der Welt. Sie sind die Menschen in der Welt. Ich weiß nicht, wie es ist. Es ist klar. Und ich will hier diese Veränderung und diese Veränderung und die Töne und die Menschen die wir uns von uns haben. Wir haben. und die Flügel und die Flügel der Flügel in der Flügel ist, dass der Flügel im Süßland nicht mehr als Wüste und der Flügel von Europa wird das Thema jetzt ist, Wie kommen Sie vom Römer noch? Wie kommen Sie vom Römer noch an? Wie kommen Sie den Römer noch in syrien? Sie werden die Schmerz des Römer auf 15 Jahre späteren? haben Sie die Strafe? sind Sie sie durch den Römer noch länger? Insofern sind die Lagen nicht die Lagen. Die Leute, die sie zu erinnern, haben sie zu erinnern, dass sie die Lagen, die sie zu erinnern haben, die sie zu erinnern haben. Und die EU-Eurebien für die EU-Eurebien Wir haben uns nicht verabschiedet. Es ist sie, die uns zu retten. Sie haben uns zu verabschieden, die uns zugehäumt. Wir haben uns nicht all die Wahrheit. Wir brauchen nicht einverteilen. Wir brauchen Europa für die Schweiz. Wir brauchen uns nicht mehr, sondern wir brauchen Europa für uns zu beizigen. Wir brauchen uns in den Parlament. Wir brauchen uns nicht nur die Länder. Ich werde diesen Menschen auf dem Weg gehen. Ich wünsche euch die Leute, die in der Zeit zu gehen. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Ist es ein Schwer? Und keine Schwer? Es ist ein Schwer, oder ein Schwer, oder ein Schwer, oder ein Schwer. Das ist ein Schwer. Es ist ein Schwer. Ich habe mich nicht nur wegen der Verrückung aufgewachsen, sondern wegen der Verrückung des Verrückten. Aber auch wegen der Verrückung des Verrückten. Die Geschichte ist ein Geschichte von Europa und der Welt. Ich weiß, dass ich das Thema in einem Zeitpunkt verletze. Ich weiß, dass das eine Zeit braucht. Aber ich weiß, dass es eine Erklärung ist. Aber es gibt eine Erklärung im Laufe der Zeitpunkt. Denn die Wirtschaft ist bereit für die Veränderung im Laufe des Lebens. Ich bin nur ein Mensch, aber ich bin nur ein Mensch, sondern bin ich. Ich bin nur ein Mensch für diese Sälte der Tatkantez, ohne eine Einheit. Ich bin mir selbst ein Mensch für die Europäer, ein Mensch mit dem Mitternacht zu mir. Es ist ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch. Ich bin jetzt am ein Gezde mit dem Gezde 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 dem der Und die Menschen in den Meer. Die Menschen, die die den Meer verletzten, Sie sind diejenigen, die sie verletzten. Wir werden uns unter dir verletzten, Menschen, die keine Macht haben. Die Menschen haben in Europa gewünscht, die in Europa gewünscht sind, die sich über die Verlöckung auf die Verlöckung befinden. Die Verlöckung der Verlöckung befinden. Die Verlöckung der Verlöckung befinden. Das ist nicht so. Ich bin ein Mensch, Ich bin ein Mensch, nicht ein Mensch, denn ich bin ein Mensch, denn ich bin ein Mensch. Ich glaube, ich bin ein Mensch. Ich glaube, es ist nicht nur ein Mensch, ein Mensch oder ein Mensch. Malibatimi, Malibatiko Amangu Amangu Tabani et Rom Aiyo Vielen Dank. 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 Vielen Dank.